um und hier mit an die Leute willkommen zu diesem neuen Projekt wenn ihr dieses Projekt seht ihr zufälligerweise auf dem Kanal zu GES LP gelandet ja um kleine Info Prozent ich bin nicht mehr zum Ablohn gekommen ja der Stadte das hat sich gelegt ich werde an der Projekte nicht mehr die ich angefangen habe die werden alle vom Kanal gelöscht wir fangen brandneuer an mit Skyrim und dieses Projekt wird warte, komplex warte, warte warte so, also ich hab hier schon mal kurz angezockt kurz das Intro angeschaut und mehr auch nicht das Game ist komplett blind und ja deswegen machen wir ja neu und die Schriftrolle Schriftrolle erzählten und ich möchte sie nicht vor so ich sage euch was ich hab die folgenden Teile ich weiß ich wie es gibt nicht gezockt denn ja ich kann das Spiel bis jetzt gar nicht ich kann das Spiel bis jetzt gar nicht ich kann das Spiel bis jetzt gar nicht ja äh w 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 Was machen wir denn? Hallo? Leute? Hallo? Hey, ihr da! Endlich seid ihr wach! Ja, natürlich! Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ihr seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie ihr. Oh mein Gott! Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Schöne Schuhe. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Aha. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Ja, dann lasst uns ab. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Dann lasst uns ab. Oh. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ich könnte mal auch... Ruhe da hinten! Was stimmt mit denen? Fremde? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Oh. Ulfric? Ulrich. Der Jachl von Windhelm? Ja. Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Aber wenn sie ihn gefangen haben... Heiligen Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist aber wahr. Tut mir leid, mein Junge. Aber... Hey. Ich hab schon... Aus welchem Dorf stammt ihr? Möchtest du dir überleben? Was interessiert euch das? Wenn wir ja... Dät machen. Weil die letzten Gedanken eines Lords einem Zuhause gelten sollten. Oh. Was ist das? Ich komme... Ich komme aus... Oh. Ist das? General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut. Bringen wir es hinter uns. Schau. Macher. Kivella. Kynaret. Arkadosh. Hm? Ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehl hat... Er hat mir das echt geil gemacht. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Das sind kaum. Das ist ein Kampo. Das ist ein Kampo. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Ja, das kann schon möglich sein. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier gescheitert. Obwohl Bielot immer noch seinen Wacholder-Bären-Mädbraut? Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Ihr kennt unsere Wachold wahrscheinlich. Hier ist los. Ja. Okay. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Anscheinend schon. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Jarl von Winter. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Tschüss. Das ist ein Rarlow von Flusswald. Los. Oh. Lokier von Rorikstatt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Ihr werdet mich nicht vorgeschätzen. Will sonst noch jemand fliegen? Oh, das ist ganz schön weit schon mal gekommen. Ihr da. Wetter vor. Okay, ja. Wer seid ihr? Äh. So, jetzt ist hier die Körterstilung zu. Jetzt stricken und dricken. Oh, soll es fangen haben. So, wir haben hier jetzt eine große Auswahl. Okay, du bist tatsächlich den Niemlich nicht. Äh. Äh. Oh, so sehr. Nichts. 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 Hm, ja. Ich hätte mir eigentlich, äh. Eigentlich eh gedacht, ich nehme mir was mit Magie und da. Äh. Ja. Könnte schon was sein. So, dann. Dann gehen wir hier auf Dunkel 11. Äh. Die. 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 Nein Nein Oh Blonde Menschen Das ist hier sozusagen die arischen Das sind die arischen Das ist die arische Rasse Und das sind wahrscheinlich die schwarzen Das war so klar Das sah nicht so schön aus Jo, äh Dann nehme ich hier den Zauberabsorbidieren Glück schon mal ganz nett Und So, dann tun wir hier mal Geschlecht Ich glaube ich werde etwas weibliches spielen So Na, na, na Du bist aber hässlich so Ja, was weibliches Uh, du hast einen schönen Apfepopo Und Leute, ich bin die Schule Auch wenn ich etwas weibliches spiele Du bist hässlich Ich will was schön Scheiße Die hässlich Okay Die erste bitte Die erste Okay, warte, so Dann noch mal, so Nein, ich will die erste Na, komm schon Hallo Ich will die Na, muss ich dann schön halt machen Na, ich nehme nur was bleiches So, gewicht Auch ich mache eine zarte zu brechliche Frau So, guck Ah, ok, 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 ich hab's gecheckt Was, äh Was, äh Na, ja, schon mal klick mal Ah, die schaut schon Ok, so Äh, so gewicht Die machen wir hier Wir wollen ja hier was Feminin Feminin Sagen Deswegen Hier, Tür So, Kopf Ähm Und wie das so stehen Oben steht Rasse Hm Na, bitte ohne Falten Schmutz, die könnten mir schmutzig machen Ich stehe auf schmutzige Sachen Die 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 Genau Nein, danke Kriegsvermalung Gefahr der Bewahrung Ok Gesicht Naast Auch die Nase passt Ähm Tieferhöhe Das passt eigentlich so Die Augen Augen Komma hier Höhe Ja, danke Jawohl, äh, Proben, das will ich nicht Montare Dann machen wir noch ne schöne Haare Nun, schau mal, was wir dann mit 4 Haare haben Nein 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 Boah, das ist sehr sexy Auch nicht mehr ein paar Mal von der Standort so so wie die hier Okie Haarfarbe Machen so Jo 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 Wer bist du denn? Ulfric Sturmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ich bereue nichts. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Entschuldigung wie aus, als wäre aus Rom. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General, die Klingel. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen aetherius übergehen. Und Tal aus Willen schweigt, und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Sehr nette Priesterin. Sehr nette Priesterin. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ich habe einen Namen. Nein. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block Gefangener. Schön weitergehen. Nein. Ich will doch nicht sein Kopf. Ich muss seine Leiche anfassen. Ja, aber sein Kopf passen da überhaupt so viele Köpfe rein. Und das sollte jetzt weglaufen. Du solltest weglaufen. Gib mal deinen Arkt. So. Ja, ich würde jetzt hier gerne mal weglaufen. Ah, Mann. Ah, da war's. Uah. Was ist denn für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen kann jeder von mir. Das ist recht. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Ich gehe ja schon. Uah! WTF? Oh mein Gott. Das Spiel fängt ja schon mal richtig geil an. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer weiter. Wir folgen euch, sobald wir kommen. Wir Mohamed! WTF? Was? WTF? Boah! Der Lagefeuer! immer noch am Leben ich muss gerne die Verteidigung anschließend ist mich nicht gerade noch um die Gründer möglicherweise nicht ob ich den Vertrauen und da bei der Wand okay ich finde es total lustig wer auch beim Springen zurückgehen kann hier sind es nur noch wir Glauben verdammter Verräter aus dem Weg wir fliehen hartbar diesmal haltet ihr uns nicht aus schön oh hallo 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 hallo